Im ersten Teil der Lehrfilmreihe wurde das Zeit-Temperatur-Umwandlungsdiagramm, kurz ZTU-Diagramm, erklärt. Im zweiten Teil wird mit diesem Wissen die zuvor austenitisierte Welle einer Matensidhärtung unterzogen. Zudem werden einige Härte-Methoden vorgestellt. Um das ZTU-Diagramm besser zu verstehen, wird gezeigt, wie die Welle den Gleichgewichtszustand analog dem EKD annimmt, wenn theoretisch unendlich langsam abgekühlt wird. Beim langsamen Abkühlen können die Eisen- und Kohlenstoffatome diffundieren und es entsteht das Ausgangsgefüge, welches vor dem Härten vorlag. Die Welle wird nun aber abgeschrägt. Als Abschreckmedium stehen für den C45 Luft, Öl und Wasser zur Verfügung. Das Medium und die Legierungselemente bestimmen die Abkühlgeschwindigkeit. Da C45 keine Legierungselemente enthält, wird für eine mittlere Abkühlgeschwindigkeit im folgenden Beispiel mit Öl abgekühlt. Die Abkühlgeschwindigkeit beträgt 60 Grad Celsius pro Sekunde. Ab 635 Grad Celsius bilden sich erste Ferritkristalle. Diese sind bei 580 Grad Celsius ausgebildet. Anschließend setzt die Umwandlung in Perlit ein. Im Verlauf der Abkühlung wird der neu entstehende Perlit immer feiner, da bei sinkender Umwandlungstemperatur die Diffusionswege immer kürzer werden. Die Perlitbildung ist bei 510 Grad Celsius abgeschlossen. Ab 510 Grad Celsius beginnt die Umwandlung in das sogenannte Zwischenstufengefüge, das früher Beinit genannt wurde. Es besteht aus Ferrit mit fein verteilten Kabinen und entsteht infolge der hohen Abkühlgeschwindigkeit. Dadurch können nur noch Kohlenstoffatome, aber keine Eisenatome mehr diffundieren. Aufgrund der hohen Abkühlgeschwindigkeit können die Ferrit- und Kabitlamellen nicht durch das ganze Korn wachsen. Unter 500 Grad Celsius findet keine Perlitbildung mehr statt und der verbliebene Auszenit scheidet den Kohlenstoff aus. Dieser bildet mit Eisenatomen Fe3c, die stäbchenförmig in dichtem Abstand angeordnet sind. So bleiben die Diffusionswege möglichst kurz. Die Härte des Gemüches aus Perlit- und Zwischenstufengefüge ist aufgrund der feinen Verteilung der Gefügebestandteile größer als die eines reinen Perlits. Ab 320 Grad Celsius bildet sich das erste Martensitgefüge heraus. Martensit ist das Härtegefüge eines Stahls. Es entsteht nur bei sehr hohen Abkühlgeschwindigkeiten, bei denen weder Eisen noch Kohlenstoffatome diffundieren können. Dabei klappt das kubisch flächenzentrierte Auszenitgitter zurück in das kubisch raumzentrierte Ferritgitter. Es handelt sich dabei um eine displazive Umwandlung, bei der die Struktur durch das Umklappen der Gitterstruktur und nicht durch Diffusionswege entsteht. Durch die hohe Abkühlgeschwindigkeit können die Kohlenstoffatome nicht aus dem kubisch flächenzentrierten Gitter ausdiffundieren, um wie beim langsamen Abkühlen die Phasen Ferrit und Zementit zu bilden. Die Kohlenstoffatome werden im umgeklappten kubisch raumzentrierten Gitter zwangsgelöst. Es entsteht ein tetragonal verzerrtes kubisch raumzentriertes Gitter, das Martensit genannt wird. Die Verzerrung in das tetragonale Gitter bewirkt sehr hohe Gitterspannungen im Gefüge. Zusätzlich wird durch die hohe Abkühlgeschwindigkeit eine Vielzahl von neuen Versetzungen in das Gitter eingebracht. Versetzungen und hohe Gitterspannungen sind für die Härte und Sprühlichkeit eines Werkstücks aus Martensit verantwortlich. Die Höhe der Gitterspannungen ist abhängig vom Kohlenstoffgehalt im Stahl. Daher je mehr Kohlenstoff zwangsgelöst ist, desto größer sind die Gitterspannungen und umso größer ist die Härte. Achtung! Oberhalb von 0,7% Kohlenstoff können nicht mehr alle vorher im Ostenit gelösten Kohlenstoffatome in das Martensitgitter zwangs eingelagert werden, da die Gitterverzerrung sonst zu groß werden würde. Es verbleibt Restoszenit im Gefüge, das die Härte wieder verringert. Die Härte eines Stahls erreicht bei ca. 0,7% Kohlenstoff sein Maximum, da der Martensit ab dieser Zusammensetzung an Kohlenstoffatomen gesättigt ist. Das Martensitgefüge ist charakteristisch naderlich. In der Regel ist der Stahl nach dem Härten glashart und aufgrund der hohen Sprühlichkeit nicht für die weitere Verarbeitung geeignet. Um die nach dem Abschrecken glasharte und spröde Welle gebrauchshart und ausreichend duktiert zu machen, wird diese nochmals erwärmt. Dieser Vorgang heißt Anlassen. Die Kombination aus Härten und Anlassen bei höheren Temperaturen nennt man Vergüten. Durch die erhöhten Temperaturen beim Anlassen formt sich die tetragonale Verzerrung wieder in die kurbische Struktur zurück. Bei noch höheren Temperaturen können die im tetragonalen Martensit zwangsgelösten Kohlenstoffatome teilweise wieder ausdefundieren. Die ausdefundierten Kohlenstoffatome verbinden sich mit einigen Eisenatomen zur Zementit. Die Welle verliert an Härte, gewinnt aber an Zähigkeit zurück und wird gebrauchshart. Das reine Abschreckhärten in einem Abschreckmedium ist nicht das einzige Verfahren zum Härten von Stahl. Es gibt verschiedene Verfahren zum Härten. Das Flammenhärten nutzt eine Brennerflamme, um das Bauteil zu erwärmen. Dabei wird die Werkstückoberfläche auszenitisiert. Direkt hinter der Brennerflamme befinden sich Wasserdüsen. Abhängig von der Brennergeschwindigkeit ist die Einhärtetiefe. Beim Induktionshärten werden vor allen Dingen die Randschichten eines Bauteils gehärtet, während der Kern duktil bleibt. Hierbei erzeugt eine Spule Wärme. Abgeschreckt wird das Bauteil über Abschreckbrausen hinter dem Ringbrenner, der das Bauteil erwärmt. Über den sogenannten Skin-Effekt wird die Eindringtiefe eingestellt. Diese wird über die Frequenz geregelt. Das Induktionshärten wird für Zahnräder und Nockenwelten genutzt, bei denen nur die äußersten Schichten gehärtet werden müssen. Durch die hohe Intensität eignet sich ein Laserstrahl ebenfalls sehr gut zum Härten. Die kurzen Aufheizzeiten und damit verbunden sehr kurzen Abkühlzeiten sind mit herkömmlichen Methoden nicht zu realisieren. Das Laserstrahlhärten wird ebenfalls zum Oberflächenhärten genutzt. Die Abkühlkurve, also der Abkühlverlauf, hängt natürlich auch vom Abkühlmedium ab. Bei einer Abkühlung mit Wasser erhält man die höchste Härte. Doch verliert der Werkstoff dabei sehr viel von seiner Zähigkeit. Fassen wir nochmal zusammen. Das Härtegefüge eines Stahls besteht aus der nadeligen Martensitphase. Martensit entsteht bei sehr schneller Abkühlung, das heißt bei Einheiten der kritischen Abkühlgeschwindigkeit und hat ein tetragonal verzerrtes, kurvisch-raumzentriertes Gitter. Ein martensitischer Stahl hat eine sehr hohe Härte und Spröhlichkeit. Wenn die Abkühlkurve nicht so steil verläuft, also langsamer als mit der kritischen Abkühlgeschwindigkeit abgekühlt wird, entsteht zuerst das Zwischenstufengefüge aus fein verteilten Ferret und Zementit. Die Abkühlkurve kann im Zeittemperatur-Umwandlungsdiagramm, kurz ZTU-Diagramm, abgelesen werden. Hieraus können des Weiteren die Phasenumwandlungen, die Phasengehalte und die resultierende Härte bei einer bestimmten Abkühlgeschwindigkeit abgelesen werden. Umgekehrt kann aus einem ZTU-Diagramm auch ermittelt werden, wie hoch die Abkühlgeschwindigkeit mindestens sein muss, um ein bestimmtes Gefüge einzustellen oder eine bestimmte Härte zu erzielen. Ein ZTU-Diagramm ist jeweils nur für einen spezifischen Werkstoff gültig. Es gibt eine Vielzahl verschiedener Härterverfahren. Die Einhärtetiefe oder Einhärtbarkeit hängt von den Liegungselementen ab. Die Aufhärtbarkeit oder größtmöglich erzielbare Härte ist vom Kohlenstoff abhängig. Häufig wird ein Werkstück nach dem Härten noch einmal angelassen, das heißt bei Temperaturen unterhalb der PSK-Linie geglüht, um dem Werkstück eine ausreichende Duktilität zu verschaffen. Die Kombination aus Härten und Anlassen nennt sich Vergüten.